Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister im Islam. Hallo liebe Leute, das Thema von heute ist Islamophobie und die Freiheit für die Sparschweine. Islamophobie und die Freiheit für die Sparschweine. Wie komme ich auf dieses Thema? Ich habe hier ein Buch von Udo Ulfkotte, der nicht mehr unter uns weilt. Ein Islamhasser, ein Bekämpfer des Propheten Mohammed, ein Beleidiger, ein Diffamierer der übelsten Sorte. Der ein Buch geschrieben hat, das mehr oder weniger, man kann es fast als die Bibel der Islamophoben in Deutschland nennen. Und dieser Udo Ulfkotte, der hat auch behauptet, Weil die Mehrheitsgesellschaft wird von den Muslimen ja hier so unterdrückt und die fordern immer mehr Rechte. Muslime fordern sogar, dass Sparschweine in den Banken abgeschafft werden. Weil die sich durch die Sparschweine beleidigt fühlen. Immer diese Beleidigtsein-Kultur. Also ich habe noch nie, ich kann mir nicht vorstellen, Das ist doch ein purer Schwachsinn. Man muss geprägt, ich hoffe, Sparschweine, Sparschweine. Was interessiert mich als Sparschwein? Wenn ein Schwein steht, weil ich anpacken und streicheln muss, mit dem ich kuscheln muss. Ja, okay, dann sage ich nochmal, hallo. Wer ist denn auch Fred Fertel von Katjes? Was ist das mit einem Sparschwein zu tun? Da ist ein Produkt aus Plastik oder Eisen oder was auch immer. Ist nicht Nächis. Ein Sparschwein ist dein Sparschwein. Was interessiert mich als dein Sparschwein? Was interessiert mich als du Weihnachten feierst? Das ist auch so dieser Blödsinn der Überleid. Die wollen uns Weihnachten. Nee, wir wollen uns nicht Weihnachten verbieten. Das ist euer Problem. Aber wir wollen entscheiden können, ob wir am Weihnachtsfest teilnehmen müssen oder nicht. Weil man dazu genötigt wird, teilweise an Weihnachtsfesten etc. mitzumachen. Sogar in Grundschulen mit in die Kirche zu gehen, Weihnachten für muslimische Kinder. Das ist das einzige Problem. Ich wollte euch mal ein paar Kostproben geben aus dem Buch, damit ihr versteht, wie die Leute hier Baller, Baller gemacht werden. Ja, pass auf. Ich lese euch das mal kurz vor. Zur Einführung ein multikulturelles Quiz. Da stellt ihr alle möglichen Fragen auf. Ja, in dem Buch hier. SOS Abendland. SOS Abendland. Es ist bald zu spät. Wenn wir jetzt nicht handeln. Wenn wir jetzt nicht ausrasten. Dann kommt vielleicht der eine oder andere auf die Idee, in eine Moschee reinzugehen und die Leute abzuballern. Und der andere kommt dann vielleicht durch solche Bücher auf die Idee. Und nicht durch solche Bücher und solche Foren. Weil dieser ganze Schwachsinn, der hier verbreitet wird, diese ganzen Lügen, die sind, damit sind die sich gegenseitig am Impfen. In diesen ganzen Foren. Ja, hier, das wird Spaß machen. Und jetzt sind wir schon im No-Go-Area. Da kommt vielleicht einer auf die Idee, in McDonald's in München hinzugehen und muslimische Jugendliche abzuknallen. Und vielleicht kommen andere darauf die Idee, in Norwegen 77 waren es, 77 Sozialisten oder Sozialdemokraten abzuknallen, weil die ja diejenigen sind, die schuld daran sind, dass die Muslime hinkommen. Und SOS, es ist bald zu spät. SOS. Hier, da hat er insgesamt, wie viele Fragen? Ein Quiz mit über 25 Fragen. Und ich gebe euch mal die erste Frage, was er hier von Schwachsinn vermittelt. In welchem Land wird das öffentliche Zeigen einer offiziellen Landesflagge inzwischen als Diskriminierung muslimischer Zuwanderer gesehen und kann von der Polizei mit einem Bußgeld belegt werden? Schweden, Schweiz, Dänemark und England. Also damit soll suggeriert werden, ja guck mal hier, jetzt können wir nicht mehr unsere Landesflaggen zeigen, weil da ein Kreuz drauf ist, auf der schwedischen Pfanne, auf der Schweizer Pfanne, auf der dänischen Pfanne, auf der englischen Pfanne. Es ist nicht erlaubt. Es ist nicht mehr erlaubt, weil die Muslime fühlen sich dadurch beleidigt. Alles okay. So ein Schwachsinn. Und wie gesagt, das Buch geht dann durch, ich lese euch mal das Inhaltsverzeichnis, ja. Hier, verkehrte Welt, Muslime fordern Ausländerhaus. Jetzt holen wir schon raus. Integration als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ah, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Muslime hier in Europa reinzulassen. Gezielte Provokation, wie Moslems die Europäer Tag für Tag vor ihren Haustüren beleidigen. Und das sollen wir uns gefallen lassen. Europäer geben nur nach, sie fordern nie. Ja, wir müssen fordern. Eurabien, die EU in den Fängen des Islamischen Kulturkreises, die EU in den Fängen des Islamischen Kulturkreises. Großbritannien, Abstieg einer Großmacht, das war eine Großmacht. Und jetzt, durch die Muslime steigen sie ab. Norwegen, die Mitternachtssonne weicht im Halbmond. Ja, bald ist es zu spät. Hier, Dänemark, ein Land krankiert sich selbst. Frankreich, junge Moslems als Ticken-Zeitbombe. Ja, jetzt müssen wir an den SOS. Ho Niederlande, Hüpp-Holland-Hüpp, Hochlehme, Islamsterdam. Ja, der Typ scheint so richtig unter Paranoia gelitten zu haben. So ein armer Mensch, ja. Hat sich den ganzen Tag bedroht gefühlt. Sogar als ich bei einer Talksendung gewesen bin, ja. Hab ich gesagt, ja, wir können uns ja mal unterhalten, privat. Ja, da hat er die Zähne nicht aufgemacht bekommen. Aber, nachher, da hat er die Zähne aufgemacht bekommen. Ein ängstlicher Mensch, ein Feigling halt, ja. Belgien, die europäische Hauptstadt Brüssel, wird islamisch. Österreich darf ein bisschen mehr Islam sein. Europäische Ernüchterung, muslimische Strategie, Handlungsempfehlungen. Und darauf möchte ich eingehen. Muslimische Strategie, Handlungsempfehlungen. Jizja, wie man Geld aus den Ungläubigen herauspresst. Jetzt. Gehirngespinste der Islamophob, bei denen ja sogar die muslimischen Sparschwein sind, ja. Spätestens jetzt stellt sich eine Reihe von Fragen. Warum machen wir das alles mit? Wir sind so bedroht. Das ist ja das Krasse, bei diesem Durchschnitts-AfD-Wähler, ja. Der Durchschnitts-AfD-Wähler, alles was passiert, jedes Verbrechen, was passiert sofort. Hm. Warum wird die Nationalität nicht genannt? Hm. Warum? Ja, siehst du, weil die Medien, die wollen das verdecken, weil die wollen die Muslime schützen, die wollen, dass wir hier, äh, umstrukturiert werden. Und er fühlt sich bedroht. Ja, wir sind so bedroht. Boah, es wird immer schlimmer. Sagst du ihm, ja? Okay. Ja, Mordene, er schreibt das auch hier so, wie Mongolen, Mongolenhorden, ja. Mongolen, oder ob er das schreibt, oder ein anderer geschrieben hat, wie Mongolenhorden sind sie durch die deutschen Großstädte am Laufen. vergewaltigen Morden. Okay? Herr Müller-Meyer-Schmitz, sind sie, wer aus ihrer, ist aus ihrer Familie, aus ihrem Umkreis, schon mal jemand vergewaltigt worden, abgestochen worden, äh, getötet worden, totgeschlagen worden, in den Rollstuhl geschlagen worden? Gibt, es gibt die Fälle. Wir leuten es nicht, dass es die Fälle gibt, aber das sind immer irgendwelche Asozialen, die mit der Religion nichts zu tun haben. Okay, erzählen Sie mal. 99 Prozent derjenigen, die das, die Angst davor haben, die das Gefühl haben, sie werden den ganzen Tag bedroht. Die sagen dann, ne, also, mir persönlich ist nichts passiert. Ne? Achso, Ihnen persönlich ist nichts passiert? Okay. Ah, okay, Ihnen persönlich, also, Sie persönlich, aus Ihrer Familie ist noch keiner, jetzt hat noch keiner, also, Sie haben keine, äh, muslimischen, äh, Flüchtlingshorden, die durch ihren Garten laufen, mit der Motorsäge, und sie bedrohen, das ist bei Ihnen nicht der Fall. Ne, 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 bei mir ist das nicht der Fall. Okay. Gut, ähm, ja, das ist ja eine ganz schlimme Situation, die wir haben, Herr Müller-Meier-Schwitz. Wie kommt das denn? Wer meinen, Sie ist daran schuld? Ja, die Medien sind daran schuld, die Lügenpresse, weil, die das alles verdecken, was die Muslime hier machen. dann fragt sie, dann fragt sie ihn ja, äh, äh, Herr Müller-Meier-Schwitz, Sie haben doch eben gesagt, ähm, äh, Sie haben so eine große Angst, dass sie verfolgt werden, und dass sie aus ihrem eigenen Haus vertrieben werden, von den muslimischen Mongolenhorden, ja, die ja mordend, messerstechend und vergewaltigend durch Deutschland laufen, ähm, und dann haben sie gesagt, bei Ihnen in der Familie ist noch nie was passiert, äh, äh, woher haben Sie die Informationen dann? Dann sagt er, aus den Medien, äh, äh, Herr Müller-Meier-Schwitz, haben Sie nicht eben gesagt, die Medien ist die Lügenpresse, und die erzählen nur Lügen? Aber das merkt er nicht mehr, weil er ist Islamophob. Eine Phobie ist wie eine Krankheit. Er ist sich fest davon überzeugt, dieses, diese, äh, diese, dieses, ähm, diese Illusion, die ist bei ihm im Unterbewusstsein zur Realität geworden. Der Mensch kann sehr häufig nicht zwischen dem unterscheiden, was real ist, und was irreal ist. Deswegen fangen Leute an zu weinen, wenn sie einen Film sehen, bei einer traurigen Szene, der weiß ganz genau das, was da in dem Film passiert ist, das ist gar nicht passiert, das ist einfach nur ein Film, aber der fängt an zu weinen. Leute kriegen unheimlich Angst bei einem Horrorfilm, und Nervenkitzel, obwohl der ganz genau ist, eine Spinnerei in dem Film. Genauso ist das mit diesen Leuten. Die sind sich täglich in ihren Foren am Aufhetzen, gegenseitig am Aufhetzen, ja, stundenlang, und das wird bei ihnen zur Realität. Die glauben es wirklich. Obwohl 99% von denen noch nie ein ernsthaftes Problem gehabt haben. Ja, der hat mal eine Schlägerei mit dem gehabt, der hat mal im Straßenverkehr, äh, ist der mal, was weiß ich, von einem Türkenblöd angemacht worden, ja, aber auch von einem Deutschen. Aber, und das erklärt Samuel P. Hunting in seinem Buch, der Deutsche ist ja von ihm. Das bemerkt er nicht so, dass das, ja auch Gewalt von dem aus gibt. So, auf jeden Fall, wovor haben wir Angst? Warum marschieren wir sehendes Augens in eine dunkle Zeit, deren Vorfahrvorboden wir begeistert als kulturelle Bereicherung begrüßen? Allein vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung der muslimischen Geburtenrate wird aus der EU binnen weniger Jahre ein Eupokalypse werden. Weshalb schweigen wir zu dem Tsunami der Islamisierung? Der glaubt selber dran. Der Tsunami. Damit die Kritik möglichst flächendeckend verstummt werden in Europa die Gesetze geändert. Gesetze, die unsere Vorfahren über Jahrhunderte als Freiheitsrechte erkämpft haben. Überall in Europa gibt es inzwischen Antidiskriminierungsgesetze, die es etwa verbieten, wahrheitsgemäß auf die Entwicklung hinzuweisen. Ach so? Warum hast du das Buch geschrieben? Guck mal, der glaubt selber an diesen Müll. Das ganze Buch ist voll mit Diskriminierung, mit Lügen, mit Verleugnung gegen die Muslime, mit Hetze vom Feinsten und er schreibt in seinem eigenen Buch, warum ist das verboten? In Europa. Der ist nicht normal gewesen, der Typ. Nun benötigt der Islam Geld. Guck mal hier. Hier schreibt er, damit die Kritik möglichst flächendeck verschoben, werden in Europa die Gesetze geändert. Überall, hier, nicht irgendwo, überall in Europa gibt es inzwischen Antidiskriminierungsgesetze. die es etwa verbieten, wahrheitsgemäß auf die Entwicklung hinzuweisen. Einen Satz später, da siehst du, wie ballaballa die sind. Einen Satz später schreibt er, nun benötigt der Islam Geld, um sich wie eine Krake über die Welt auszubreiten. Guck mal, ballaballa. Der schreibt einen Satz vorher, es gibt jetzt Antidiskriminierungsgesetze, dass man nicht mehr die Wahrheit über den Islam sagen kann. Einen Satz später schreibt er, nun benötigt der Islam Geld, um sich wie eine Krake über die Welt auszubreiten. Ja, und wir, und damit kann er dann jetzt diese, diese Karriken, diese Geizhelse, und wir, wir, sehen uns offenkundig danach, diese Ausbreitung finanzieren zu dürfen. Jetzt geht's weiter. Während das Christentum erst die Menschen bekehrte und dann mit zunehmender Zahl der Christengebiete christlich wurden, ging der Islam seit Mohammeds Zeiten den umgekehrten Weg. Man eroberte einen von Ungläubigen Siedel des Gebietes, leitete dann über das Gizya genannte Tributsystem die Umverteilung des vorhandenen Vermögens der Arbeit in den ungläubigen Bevölkerung. Was will er hiermit sagen? Er will hiermit vermitteln? Aha, guck mal, die sind hier hingekommen, das kommt nachher raus, um Sozialhilfen zu kassieren, um uns umzupudeln, um uns zu erobern. Jetzt müssen wir handeln, SOS Abendladen. So ein Schwachsinn wird vermittelt. Ja dann, pass auf. Und natürlich, die Christen, nein, die Christen, die waren immer lieb. die, also, das ist ein seriöser, ein seriöser Schriftsteller und da hat er geschrieben, die Christen, die waren immer lieb, okay, und die Muslime, die waren immer gewaltig, okay. Dann erzählen Sie mal, Herr Ulf, er kann ja nicht mehr seinen Schwachsten verbreiten, er ist ja schon unter der Erde, oder wo immer er ist, Sie haben, erzählen Sie mal, wie der Islam nach Indonesien gekommen ist. Erzählen Sie mal, wie der Islam nach Westafrika gekommen ist. Erzählen Sie mal, wie der Islam nach Medina gekommen ist. Ein dumm Schwätzer vom Feinsten. Selbst in der größten Blüte Zeit des Islam haben Muslime, den von ihnen beherrscht in europäischen Gebieten, nie die Mehrheit der Bevölkerung gestellt. Ja du Vollpfosten, da ist doch ein Beweis gegen dich. Wenn die Muslime nicht die Mehrheit gestellt haben, aber angeblich alle unter Jochen, wie konnten die dann jahrhundertelang diese Gebiete beherrschen? Wie? Warum haben die keinen Völkermord durchgeführt? Das ist doch das, was vermittelt wird. Die Muslime breiten sich aus und töten und morden. Okay, wenn ich der Herrscher bin und habe die Macht und bin in der Bevölkerungsminderheit, aber das ist etwas Einmaliges unter den Muslimen, dass sie beherrscht werden und die Beherrschenden den Islam annehmen und auf der anderen Seite beherrschen und die Leute nicht dazu zwingen, flächendeckend und sogar in der Minderheit in einem Land beherrschen und nicht die Leute dazu zwingen, flächendeckend ihre Religion anzunehmen. Daran hat sich bis in die Gegenwart nichts geändert. Ach so? Ja, okay. Heute nennt man es anders, aber die Tatsachen bleiben. In jedem, den autorbekannten mehrheitlich islamischen Staat der Welt benötigt ein ungläubiger Ausländer einen lokalen Geschäftspartner, wenn man eine Firma eröffnen oder Geschäfte machen möchte. Das ist völliger Blödsinn. Der redet wahrscheinlich von Golfstaaten, auch der Muslim braucht dort einen lokalen Geschäftspartner. Und in Ländern, in Ländern wie Ägypten, Marokko, etc., gibt es diesen Schwachsinn nicht. Was kennt er? Welche islamische, ich weiß ja nicht, welche islamischen Länder diesen Typen bekannt waren. Das pure Schwachsinn. Dieses Tributsystem begünstigt die Ausbreitung des Islam. Denn die von Muslimen durch Jizia ausgeplünderten konvertierten irgendwann aus Frustration zum Islam. Pure Lüge. Die Jizia ist ein kleiner Betrag, den die Nichtmuslimen in einem islamischen Staat bezahlen und dafür bezahlen sie keine Zakah. Aber die Muslime bezahlen Zakah. Das ist der pure Quatsch. Das ist geschichtlicher Unfug. Das ist reine Illusion, reine Fake, was er hier erzählt. So musste der Islam sich zwangsweise ausbreiten, wenn er denn weiterhin den Extrakt aus arbeitenden Bevölkerung herauspressen wollte. Was will er hiermit vermitteln? Er will hiermit vermitteln, die Muslime sind als Deutsche kommen, um aus der arbeitenden Bevölkerung das Geld herauszupressen. Ja. Jo. Doch bevor wir über die Zukunft reden, noch der Hinweis, welche Jizia heute Muslim in den westlichen Kulturkreis lockt. Seht ihr? Genau das, was ich gesagt habe. Das rundum sorglos Paket der Ungläubigen für die Einwanderer und Anhänger des Islam. Von der Sozialhilfe bis zur Ausbildung für die Kinder, von der Fahrkarte bis zur islamkonformen Menüwahl im Gefängnis. Islamkonforme Menüwahl im Gefängnis? Was ist denn da ein Schlück? Gibt es kein vegetarisches Essen im Krankenhaus oder im Gefängnis? Typ hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Ja. Mark Stein schreibt dazu, der Westen bezahle den Strick, damit er eines Tages aufgehängt werde. Überall, so dann, jetzt kommt das Nächste. Jetzt, das muss man sich um die Zunge gehen. Überall pressen arabische Staatsführer den westlichen Nationen die Jizia ab. Überall pressen arabische Staatsführer den westlichen Nationen die Jizia ab. Der Typ hat eine totale Macke. Das ist pure Hetze. Ist das keine pure Hetze? Fehlinformationen, Lügen zu verbreiten, um Hass und Ängste zu schüren, das ist die Definition für Hetze. Hier wird erzählt, ja, dass Leute, hier wird Sozialhilfe, Islamkonformen mit überall Fahrkarten mit einer Eroberung in Verbindung gebracht. Hier wird erzählt, überall pressen arabische Staatsführer den westlichen Nationen die Jizia ab. Ist der Typ noch normal? So gut wie alle muslimischen Länder wurden kolonialisiert. Und sowas wird in deutschen Büchereien verkauft. Hier, wie heißt der, Kopfverlag. Kopf, hier. Und unbestreitbar verlässt sich ein wachsender Teil unserer Mitbürger aus dem islamischen Gutfreus beim Einkommen nicht auf den eigenen Kopf und die eigenen Fähigkeiten, sondern auf den von den Lesern dieser seitenfinanzierten Sozialstaat. Erstmal, meine Mutter hat ein Restaurant. Wenn sie eine Annonce aufgibt für Leute, die spülen sollen, die, die sich am meisten melden, sind Leute, sind keine Deutschen, sondern sind Türken, etc. Das ist ja purer Schwachsinn. Das ist einfach nur Fehlinformation. wie viele Geschäfte gibt es, wie viele Imbiss gibt es, wie viele Friseure gibt es, wie viele Supermärkte gibt es. Das kann nur jemand erzählen, der weltfremd ist oder lügt. Das ist die Bibel der Bekloppten. Dieses Buch SOS Abenden ist die Bibel der Bekloppten. Pass auf jetzt, Leute, jetzt müsst ihr zuhören. Hört mal zu, hört mal zu jetzt. Pass auf hier. Der Autor möchte Ihnen, das Buch ist geschrieben worden im Jahre 2008. Gut, dass ich jetzt über dieses Buch rede. Hört gut zu. Der Autor möchte Ihnen eine Europa betreffende Studie des CIA nicht vorbeiteiten. Sie befasst sich mit Bevölkerungsentwicklung in europäischen Ballungsgebieten und widmet sich intensiv auch vielen deutschen Städten. Passt auf jetzt, diese Panikmache hier. In dieser Studie wird die Unregierbarkeit vieler europäischer Ballungszentren etwa um das Jahr 2020 herum prognostiziert. In Deutschland fallen darunter Teile des Ruhrgebietes, Teile der Bundeshauptstadt Berlin, das Rhein-Main-Gebiet, Stadtteile von Ulm sowie Vororte Hamburgs unregierbar. Diesen Schwachsinn konnte er erzählen. Wir haben jetzt das Jahr 2019, das heißt um das Jahr 2020 und man sieht keine Spur von Unregierbarkeit. Aber guck mal, wenn wir das jetzt sagen, das ist jetzt für normale Menschen, die Bekloppten, die Islamophoben, die glauben das. Da ist doch alles unregierbar. Ist alles unregierbar. Die Polizisten trauen sich doch gar nicht, wenn die wird, da glauben die dran. Weil die den ganzen Tag in diesen Hetzerforen sitzen und sich gegenseitig aufhetzen sind, bis dann einer in Quebec auf die Idee kommt, in eine Moschee zu rennen und jetzt SOS, SOS, jetzt müssen wir was tun. Oder einer auf die Idee kommt, in Christchurch in die Moschee zu spät sonst. Oder bis einer auf die Idee kommt, in München Leute abzuknallen. Dieser Bekloppte übrigens, der in München die Leute abgeknallt hat, der kam sogar einmal zu einem Vortrag von mir und wollte dort das Maul aufreißen. Dann ist ihm das Maul direkt gestopft worden. Ein absoluter Vollpfosten der Typ. So dann, die Studie natürlich mit legalen Mitteln das Maul gestopft. Die Studie spricht von Bürgerkriegen. Guck, guck, die Studie. Die Studie spricht von Aber wo ist die Studie eigentlich vom CIA? Das ist garantiert auch wieder irgendein Gelaber verdient. Die Studie spricht von Bürgerkriegen, die Teile der vorgedannten Länder unregierbar machen würden. Hintergrund der Studie ist Migrationsgewegen und der mangelnde Integrationswille von Teilen der Zuwanderer, die sich rechtsfreie, ethnisch weitgehend über allen Integrationsversuchen auch mit Waffengewalt verteidigen werden. Das war die Prognose von SOS Abendland, die Bibel der Bekloppten von Udo Unfkott im Jahr 2008 für das Jahr 2020. Bürgerkrieg. Die am Genfer See lebende jüdische Autorin und hier etwas Wichtiges, diese Hetz hat nicht erst vor kurzem angefangen. Die am Genfer See lebende jüdische Autorin Bat Jeor hat diese Entwicklung vor Jahren schon in ihrem Buch Eurabia beschrieben. Sie haupte allerdings, es gebe einen Plan. Hört zu, das ist das, was diese Bekloppten vermitteln. Und deswegen sage ich Leute, man muss diese Sache auch so ansprechen, wie sie ist. Wer so etwas glaubt, ist bekloppt. Und nicht, dass dann wieder ein Muskel kommt, ja, aber sollte man so mit den, nein, wir kennen diese Menschen. Es nützt nichts. Ich habe mit Udo Ulfgott, mit dem Verfasser dieses Buches, ich habe ihm angeboten, dass man sich zusammensetzt redet. Stefan Herre vom PI News, ich habe ihm angeboten, sich zusammensetzen zu reden. Diese Leute sind nicht normal. Die sind bekloppt. Das müssen wir verstehen. Denen kannst du nur helfen, indem du ihnen eine Diagnose stellst und sie knallhart darauf aufmerksam hast, dass sie bekloppt sind. Diese Leute sind bekloppt. Hier, Bad Jehor hat diese Entwicklung vor Jahren, hört genau zu, schon in ihrem Buch Eurabia beschrieben. Sie behauptet, es gebe einen Plan europäischer Politiker aus Europa eine Kolonie des Islam zu machen. Das muss ihr vorstellen. Und diese Leute lesen das. Ja, 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 die Merkel. Genau. Merkel. Merkel muss weg. Die will aus Europa eine Kolonie des Islam machen. Die merken gar nicht, wie der Staat intelligent ist in der Bekämpfung des Islam. Aber die sind einfach nur bekloppt. Der renommierte norwegische Politiker Hall Grimberg sieht das ähnlich. Noch ein Bekloppt. Er hat im Oktober 2007 in Norwegen ein Buch vorgestellt, in dem er ebenfalls von einem künftigen Arabien Sprüch erschreibt, sie können Europa bald kampflos übernehmen. Was heißt das kampflos übernehmen? Heißt das nicht kämpf? dann weiter. Pass auf jetzt. Jetzt zitiert er einen Muslim. Oder misszitiert ihn an falscher Stelle. Salim Abdullah, Gründer des Islam Archivs in Soest, schrieb in dem schon 1903 erschienen Buch Was will der Islam in Deutschland? Der Islam in der Diaspora braucht im säkulären Staat die Demokratie und die Menschenrechte wie die Luft zum Atmen. Muslime haben hier in Deutschland Freiheiten, die ihnen in keinem einzigen islamischen Land gewährt werden. Das deutsche Rundresystem Islam in seinen Zielen nützlich, damit sie ihre Rechte einfordern können. Was meint er denn damit? Er will hiermit vermitteln, dass dieser Salim Abdullah damit sagen will, dass dieser Salim Abdullah damit sagt, die wollen uns erobern. Was meint er mit seinen Rechten? Dass man, wenn man von Religionsfreiheit redet, dass man in seinen privaten Rahmen die Religionsfreiheit praktizieren kann. Ich kann den Hijab tragen, ich brauche kein Schweinefleisch zu essen, etc. Nichts anderes, meint der Jemen. Ich kenne diesen Salim Abdullah nicht, aber ich verstehe seine Absicht dahinter. Die Bürger sehen, wie um jede neue Moschee, die Bürger sehen, wie um jede neue Moschee, die nach dem Wille der Politik demütig begrüßen müssen. Achso, der Wille der Politik. Wir müssen jetzt die Moschee demütig begrüßen. Neue islamische Ghetto sind schön, stimmt gar nicht. Die Moscheen werden meistens gebaut, entweder im Wohngebiet, wo viele Muslime sind, oder oder in irgendwelchen und meistens irgendwie abgelegen in Industriegebieten. Das ist der pure Schwachsinn. Eine Moschee und dann kommt danach ein Ghetto. Ghetto, was heißt Ghetto Gewalt, dann ist der pure Quatsch. Das ist der pure Quatsch. Das heißt, die Muslime bauen erst eine Moschee und dann ziehen sie um die Moschee. Wo ist das denn so? Das ist der pure Schwachsinn. Ich habe noch nie einen Muslim gesehen, der extra wohin gezogen ist, wo eine Moschee ist. Noch nie. Aber man weiß, dass in bestimmten Gebieten, wo viele Muslime wohnen, eine Moschee gebaut wird. Logischerweise, warum gibt es in Deutschland in jedem Dorf eine Kirche? Weil da Christen gewohnt haben, die dann eine Kirche dort haben wollen. Die haben nicht zuerst die Kirche dorthin gebaut, sondern kamen die Leute dahin. Um neben der Rechnung gebildet, guck mal hier, man soll selber entscheiden, auch für Nicht-Muslime, die sich das mit offenem Herzen anschauen, was keine Hetze ist. Wir in jedem Vortrag sagen, wir Abstand von Gewalt. Wo sagt er hier Abstand von Gewalt? Einmal in dem Vortrag. Wo sagt Tino Sarrazin das? Wo sagen die einmal keine Gewalt Diskussion? Nein, für die ist gar keine Diskussion, weil die Islamische Ghettos entstehen, die europäische Kultur verdrängt wird. Wie viele kleine Frankenstein Monster breiten sich diese islamischen Ghettos überall in Europa aus? Wie viele kleine Frankensteine? So was wird verbreitet in Deutschland? Man muss sich mal vorstellen, was würde passieren, wenn ich schreiben würde, die Juden bauen Synagogen, damit sich danach darum Ghettos bilden, um die deutsche Bevölkerung zu verdrängen. Wie kleine jüdische Frankenstein Monster breiten sich diese Ghettos über ganz Europa aus? Ghettos, jüdische Ghettos, jetzt geht es weiter, das ist nicht jüdische Räti von Muslimen, das würde sofort verboten werden, er würde sofort wegen Volksverhetzung angezeigt werden. Aber hier nicht, warum nicht, weil wir Muslime nichts machen. Und wenn einer was macht, weil Juden zusammenhalten, die Juden können nichts dafür, dass wir Muslime Vollidioten sind, da können die nichts für. Die Juden können nichts dafür, dass wir in unseren eigenen Reihen immer nur Neinsager, Besserwisser und Dummschwätzer haben. Sobald jemand sagt, komm, lass uns aufstehen, lass uns was machen, nein, nein, lieber leise, nein, nein, weil er gerne die Macht haben will, die arabische Machtgier, er will gerne die Macht haben, er will gerne vorne stehen, der Führer sein, wenn du einen Vorschlag machst, nee, da ist er nicht dabei, weil er will es gerne haben. Das ist das Problem, wir haben keinen Zusammenhalt, weil jeder der Chef sein will. Sei der Chef, aber mach was, ich mach mit. Sei der Chef, aber mach was. Die Juden, wenn jemand so ein Buch gegen die Juden schreiben würde, machen sie sich zusammen, halten sie zusammen, setzen sich zusammen und dann machen sie was dagegen. Dann beschweren sich darüber, aber bei uns kommt immer nur irgendjemand, der wieder alles kaputt macht. Was ganz zu machen ist leicht, was aufzubauen ist schwer, was kaputt zu machen ist leicht, ich habe hier eine Brille, die zu bauen ist schwer, knack, einmal mache ich so, ist die Brille kaputt und genauso ist das. Sobald jemand handeln will, kommen bei uns die ganzen dummen Schwätzer, nein, nicht so, nein, 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 aber wenn ihn fragst, was hast du für Vorschlag, was ist deine Methode, was kommt dann, nichts, nichts, er kann nur nein sagen, wir müssen weise sein, weise sein, heißt bei dir nichts machen, das Maul halten, wo uns das hingeführt hat, hier, ich habe über die ganzen Sachen, es gibt so viele Vorträge im Internet, darüber schon aus dem Jahr 2007, jetzt haben wir ja 2019, jetzt sind in Neuseeland 50 Leute getötet von einer Moschee, die Wahrscheinlichkeit, dass das in Deutschland passiert wäre, wäre viel größer gewesen, die Wahrscheinlichkeit, dass das in Deutschland irgendwann passiert, ist groß, das sage nicht nur ich, das steht sogar im Spiegel oder im Stern, es braucht nur einen zu geben, jemand umzulegen ist easy, wenn jemand entschlossen ist, muss er nur wissen, wann die Muslime wo sind, der muss nur bereit sein, sein Leben zu opfern, entweder in den Knast zu gehen oder selber getötet zu werden, schon knallt es, der weiß, wann die Muslime wo sind und wodurch wird der angestachelt? Durch solche Thesen, das ist nichts anderes wie bei dem Anttäter von Neuseeland, das sind dieselben Thesen, hier und da ein paar andere Thesen, aber mehr oder weniger genau dasselbe grünen, wir sind bedroht, wir müssen jetzt handeln, SOS, aber wie gesagt, ich rede mich über die Muslime mehr auf, ehrlich gesagt, ich kann es einfach nicht begreifen, okay, ich bin Deutscher, mir will keiner folgen, setzt euch selber zusammen und macht was, setzt euch selber zusammen, hier, weiter, Ghettos, in denen Polizei, Notärzte, Krankenwagen und Feuerwehr nur noch dann Zutritt haben, wenn es die Mitbürger, also die Muslime, wohlwollend gestatten, davon redet er heute, das ist seine Welt, da ist dann der AfD-Wähler aus Sachsen-Anland, der auf irgendeinem Dorf mit 500 Einwohnern lebt, und sagt, boah, die Großstädte in Deutschland, die Polizei traut sich nicht mal mehr da rein, wo traut sich die Polizei nicht rein? Ist der pure Schwachsinn, jeden Tag hört man davon, wo irgendwo eine Razzia gewesen ist, das ist pure Hetze, das geht an der Realität komplett vorbei, natürlich ist es ein gefährlicher Job, Polizist zu sein, aber nicht erst seit heute, von jenen, von jenen, die einmal unsere Renten bezahlen sollen, haben mindestens 20% nach offiziellen Angaben der Bundesregierung vor, den Islam mitten in Europa mit brutaler Gewalt durchzusetzen. Da schweigen wir zu? Stell dir mal vor, das ist ja pure Quatsch, laut Bundesregierung, ja wo ist denn, wo ist die Studie? Die gibt dir irgendwo eine Studie an, ja? Dann gehst du hinten rein, ja, pure Quatsch, unter unseren Augen wächst eine Generation Kill auf, ich habe vor, das würde über die Juden gesagt werden, war die Hetze von Goebbels gegen die Juden härter? Unter uns wächst eine Generation Kill auf, stell dir vor, das würde man über Juden sagen, eine Zuwanderergeneration, die Inländerfeindlichkeit für einen Mordspaß hält, beinahe alle Medien verhöhnen die Opfer, weil sie in den meisten Fällen nicht über sie berichten, wichtig aus medialer Sicht, vor allem der Täterschutz, solange es sich um zugewanderte Mitbürger handelt. Das glauben die wirklich. Hauptsache Täterschutz. Okay, was war mit Berlin, was war mit, was war, wo er weiß, kennst du denn die Fälle, was war denn mit Hart und Zürichu, was war denn mit Kirschweih, was war denn mit diesen ganzen Fällen, wo irgendwelche asozialen Muslime oder Leute, die sich in Islam zuschreiben, irgendjemanden plattgetrampelt haben. Wo habt ihr die Informationen, aus den Medien, aber die Medien verhören die Opfer, indem sie das nicht erzählen. Die Leser dieses Buches haben nun einen realistischen Einblick, sehr realistisch, das sehen wir ja, das ist ja 2008 geschrieben worden, der realistische Einblick war ja hier, dass 2020 bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland sind, in die schweren Lasten bekommen, die in Europa mit den Schönheiten des Islamischen Kulturkreises in Anführungszeichen hergehen. Sie haben auch erfahren, die von der Schleichen-Islamisierung ausgehende Gefahr und Schleichen-Islamisierung ist für sie, dass Moscheen gebaut werden, etc. Das heißt, dass die Religion frei praktiziert wird. Sie haben erfahren, dass die von der Schleichen-Islamisierung ausgehende Gefahr weitaus größer ist, als Vogelgrippe und Rinder waren zusammen. Die Schleichen-Ijudaisierung, stell dir vor, das würde einer sagen, ist gefährlicher als Vogelgrippe und Rinder waren zusammen. Wir Europäer sind wie die dicke, glückliche Kuh, die sich gerne beständig melken lassen, bis sie dann eines Tages ins Schlachthaus geführt werden. Jetzt, ihre Kinder werden sie eines Tages fragen, was sie gegen diese Entwicklung getan haben. Okay, was soll man jetzt machen? Was soll man machen? Wir haben in Deutschland kein Ausländer-Problem. Vielmehr haben unsere Zuwender aus dem Islamischen Kunkurs überall in Europa ein gewaltiges Problem mit den Inländern. Echt? Woher willst du das wissen? Von irgendeinem Alpha-Jacke, Türke im Internet, der die Deutschen dann beschimpft ist bei YouTube? Es gibt eine ausgesprochene Europäerfeindlichkeit, die hat teilweise umfüllten Hass auf alles Westliche. Das wird gefordert von aggressiven Imamen, die sich nach außen biedergebenden Muslimvereinen, die in Wahrheit als Brandstifter vorgieren. Sie sehen, in ihrer hier lebenden Land sollen eindeutig am Vorpasten für die Ausweitung des Islams. Wo willst du das denn wissen? Seien sich nun der Tatsache bewusst, dass die mehr als tausend aufgezeigten Beispiele fast ausnahmslos aus dem zurückliegenden 18 Monaten stammen. Das sind nur Momentaufnahmen, die der Autor auch für alle anderen nicht in einzelnen Kapiteln ausführen, westlichen Ländern. Ja, unterdessen setzt sich dieser Prozess Tag für Tag fort. Irgendwann wird der Zwangswirr auch vor ihrer Haustür und auf ihren Arbeitsplatz ankommen. SOS, jetzt handeln. Wisst ihr, wer auch so gesprochen hat? Goebbels, bei der Operation Barbarossa, wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist es zu spät. Jetzt müssen wir die Faust bandagieren. Es geht weiter. In Deutschland gibt es auch wie in allen anderen EU-Staten viele gut integrierte Ausländer. Dazu gehören hierzu, dazu gehören hierzulande, neben vielen anderen, etwa Äthiopier, Chinesen, Inder, Vietnamesen, Japaner, nicht zu vergessen die Juden aus der frühen Sowjetunion. Das heißt, die sind ja integriert, aber die Mosleven, nein. Was muss passieren, damit der Tsunami der Islamisierung Europas, die damit einhergehende Kriminalitätswelle und die Vernichtung unserer abendländischen Werte gefühls aufhalten werden? Hier seht ihr, dass der Islam immer mit Verbrechen, Raub, Mord etc. in Verbindung gebracht. Immer. Das heißt, der Vergewaltiger, der sich eben noch in Jack Daniels reingepfiffen hat, der wird mit dem Islam in Verbindung gebracht. Das ist einer der Hauptpunkte bei den Islamophoben. Jetzt. wollen wir wissen, was sind seine Vorschläge. Ein Vorschlag ist, strafbewehrtes Verbot der Verherrlichung des Massenmörders Mohammed. Das heißt, er fordert, dass man Mohammed nicht mehr loben darf, weil er Kriege geführt hat. Warum fordert das nicht bei Moses Numeri 31? Weil die Juden dann aufstehen. Aber bei uns kann man nicht aufstehen, weil sobald jemand aufsteht, sitzen da wieder die Juden Schwätzer. Nein, nein, setz dich wieder hin. Nein, nein, komm, setz dich hin. Zudem müssen solche Bücher europaweit mit einem deutlichen Warnhinweis analog der Zigarettenpangung versehen werden. Etwa Islam bedeutet Diskriminierung. Das sind seine Vorschläge. Schließung und Einzug des Vermögens aller jenen Moscheen, die durch ihrem Gedenken an bekannte Christenhasser erfolgt in Namensgebung Europa Tag für Tag in unserem Kulturkreis und die westliche Zivilisation Beleidigung provozieren. Etwa Fatih Moschee. Jede Moschee, die Fatih heißt oder Tariq Moschee muss geschlossen werden. Das Geld muss weggenommen werden. Hier geht es um Salafisten, Freunde der Sonne. Das Buch ist 2008 geschrieben worden. Europaweite Schließung aller islamischen Kulturvereine, in denen nach Erkenntnissen von Soziologen wie Rauf Ceylan, Rauf Ceylan ist übrigens einer von denen, die für den islamunterricht in deutschen Schulen zuständig sind. Der ist für das Islaminstitut, für das Studium in Osnabrück mit zuständig. Rauf Ceylan unter der Tarnung von hier europaweite Schließung aller islamischen Kulturvereinen, in denen nach Erkenntnissen von Soziologen wie Rauf Ceylan unter Tarnung von Kaffeehäusern oder Teestuben Zwangsprostitution verbotenes Glücksspiel Hehlerei und Rauschgifthandel betrieben werden. Islamische Kulturvereine wo Zwangsprostitution verbotenes Glücksspiel Hehlerei und Rauschgifthandel betrieben werden nach Rauf Ceylan Guck mal Damals haben wir einen Aufruf gemacht gegen Mohanad Khoschide aufzustehen. Diese Leute sind so Rauf Ceylan und Mohanad Khoschide sind so Dieser Rauf Ceylan behauptet dass es islamische Kaffeehäuser gibt wenn der Ulu Ulf konnte dass ihr richtig zitiert ja wo Rauschgifthandel und Zwangsprostitution was das ist das ist im Islam Haram hochtausend das ist pure Hetze hier wird Zwangsprostitution und Rauschgifthandel absichtlich mit dem Islam in Verbindung gebracht um Ressentiments gegen Muslime zu schüren um Vorurteile gegen Muslime zu schüren um Hass zu schüren um Panik zu machen damit man an einem Kaffeehaus vorbeigeht und denkt oh vielleicht Zwangsprostitution Rauschgifthandel die islamische ist der Wahnsinn lasst uns aufstehen nein nein komm runter nein nein bringt sowieso nichts nein nein komm lass uns warten lass uns warten bis bis der mit dem Maschinen Gewehr bei uns in die Moschee rein marschiert bis die Leute weiter aufgehetzt werden lass warten lass warten die AfD die AfD ist noch nicht an der Macht vielleicht in 20 Jahren dann dann stehen wir vielleicht mal auf Verbot aller aschaischen islamischen Blutkultfesten der Öffentlichkeit etwas schiitschen Aschura Festes seht ihr bei diesen Leuten geht es nicht um Salafisten und das gehört dazu da man das Problem nicht richtig erkennt falsch zu handeln wenn man eine Krankheit nicht erkennt nicht richtig diagnostiziert kann man noch nicht die richtige Medizin anwenden deswegen diese weit verbreitete Mentalität immer die Schuld auf andere zu schieben bringt nichts Freunde der Sonne Schließung aller Koranschulen in Europa die das vom Islam verbreitete Menschenbild verbreiten Einführung eines Pflichtschulfachs Islamkunde an allen Schulen unter Beteiligung von Mitgliedern des Zentralrates der Ex-Muslime damals 2007 das kennen viele von euch vielleicht gar nicht mehr da wurde der Zentralrat der Ex-Muslime gegründet wir haben dagegen gesprochen wir haben vorgespielt bei Kundgebungen was diese Mina Ahadi gesagt hat haben sie auch gehört dass Ehrenmord nichts zum Islam zu tun hat natürlich hat Ehrenmord was mit dem Islam zu tun Ehrenmörder werden im Islam bei den Muslimen als ehrwürdige Menschen betrachtet der Mörder von Hatun Zürichu wird im Gefängnis von seinen Mitmuslimen gefeiert und es gibt sogar Feste für Ehrenmörder dann habe ich immer gefragt vor der Öffentlichkeit bei Kundgebungen damit die Außenstehender sehen dass die Muslimen das wirklich verachten war ich schon auf einer Ehrenmörder Party gewesen wer hier glaubt dass Ehrenmord Haram ist da haben alle aufgezeigt warum um diesem Quatsch der hier in solchen Büchern verbreitet wird und durch Zentralrat der Ex-Muslime verbreitet entgegen zu wirken ich bin nach Marokko gegangen weil die dort auch behauptet in diesem Vortrag dass in Marokko Ehrenmord praktisch mehr oder weniger geduldet wird und der Beweis dafür ist weil es dafür eine geringe Strafe gibt und dann bin ich extra in Marokko in Marrakesch zu einem Fatwa Komitee gegangen und wollte eine Fatwa haben ich habe denen den Sachverhalt erklärt ich habe gesagt da gibt es eine Frau in Deutschland die erzählt dass in Marokko es praktisch Ehrenmord sozusagen geduldet wird toleriert wird und ich wollte von euch nur eine Fatwa haben dass ihr erklärt dass das im Islam Haram ist und dass das in Marokko auch nach Gesetz streng verboten ist was es dafür eine Strafe gibt ich habe das erklärt kam eine Woche später wieder habe einen Brief gehabt bin mit dem Brief nach Hause ich habe super jetzt kann ich das zu Hause vorlesen guck mal hier ich habe eine die dort was schreiben die dort dass wir genau dasselbe jemand wird aufstehen was tun nein lieber nicht lass komm runter nicht nicht sitzen damit ich keiner sieht schreiben dort ja das ist nicht unsere Angelegenheit wir bitten sie mit ihrer Angelegenheit in Deutschland oder in Europa zu einem Fatwa Komitee zu gehen hallo es geht um Marokko ihr braucht nur zu schreiben das ist im Islam verboten und nach marokkanischem Gesetz verboten mehr braucht ihr nicht zu schreiben ich wollte normalerweise dahin gehen und sagen da fragt ihr Islam studiert was seid ihr für Versager ihr habt den Islam studiert um hier Geld zu kassieren oder was und ihr könnt noch nicht mal mit einem Satz den Prophet Mohammed verteidigen in dem er sagt Ehrenmord ist im Islam verboten ist laut marokkanischem Gesetz streng verboten das könnt ihr noch nicht mal schreiben das wollte ich normalerweise wollte ich das gesagt aber ich habe gesagt komm vergiss es das ist unser problem dass wir immer diese bremse haben nein komm setz dich hin nein nicht auf setz dich hin hier gründung einer europaweiten gemeinnützigen netzwerk wie irre der ist hier gründung eines europaweiten gemeinnützigen Netzwerks von Islam mobilen also umgebaute große Busse die vor eingraufshänden schulen moscheen auf marktplätzen mit wanderausständen über die schrecken der islamideologie aufklären mitglieder des zentralrats der ex muslimen können in den bussen aus eigener anschauung über die kulturelle verarmung unter dem banner des islam berichten verbot der stoff käfig haltung von frauen straf bewährtes verbot der verschleihung in der öffentlichkeit und das sind immer die besten dann kommt man immer mit einem muskel das ist der kronzeuge ja seht ihr ich habe doch recht die aus algerien stamm muslima fadele amara nimmt die frauen stoff käfige des islamischen kulturkreises öffentlich gefängnisse und zwangsjacke seht ihr das ist ja auch ein muslim dann hier punkt 8 das grundgesetz muss entsprechend geändert werden der ist verfassungsfeindlich das grundgesetz muss geändert werden die rede über das grundgesetz muss geändert werden das ist es die islamophoben wollen das grundgesetz ändern staatliche maßnahmen programmen die wachsende inländerfeindlichkeit der zuwanderer abschaffung des migrantenbonus vor gericht das pure hetzen ich kenne eigene beispiele aus meinem leben wo es genau andersrum gewesen ist wo der deutsche gesagt wird ja der hatte nur eine zugrunde das ist eigentlich netter aber der muslim migrantenbonus das heißt die greifen die gerichte an die greifen die greifen die polizei an die greifen alles an die greifen die medien an alle sind dazu da um den islam zu verbreiten sogar die politiker hier nach dänischem vorbild umzugshilfe für inländer die moslem ghettos beständig von zugewanderten mitbürgern bedroht werden was zeichnet der hier für ein bild oh ja wir brauchen jetzt es ist so schlimm geworden die türken um mich herum ich muss auswandern bitte umzugshilfe ich schaffe das nicht alleine ich halte das hier nicht was ist das für ein bild so soll wir umzugshilfen für leute für vietnamesen und schwarze anbieten die irgendwo in sachsen anhalt in einem gebiet wohnen wo neonazis wohnen oder was nach niederländischem vorbild ehrengewalt beauftragt auf jedem polizeireweh ja klar ehrenmord das ist ja auch eine sache die alltäglich vorkommt wisst ihr wie man ehrenmord am besten bekämpft streng muslimische vertreter die den leuten die ohren lang ziehen klar machen was sie für einen dreck fabrizieren nach belgischem vorbild verbüßung von haftstrafen unserer mitbürger aus dem islamischen kulturkreis in den herkunftsländern damit sichergestellt wird guck mal hier dieser sarkasmus dass ihre islamideologie während der haftzeit nicht beleidigen wird das heißt er weiß dort in den gefängnissen gibt es schläge werden die leute gefoltert dann sollen sie du merkst du spürst diesen hass dieser leute dann sollen sie da ins gefängnis gehen in ägypten dann können sie auch sicher sein dass ihre islamideologie während der haftzeit nicht beleidigt wird abschiebung all jener imame aus europa in ihren heimat kulturkreis die öffentlich die vergewaltigung unterdrückung unverschleiter frauen gerechtfertigt haben es gibt keine imame die vergewaltigung rechtfertigen das ist eine pure lüge und dann nimmt man vielleicht von irgendeinem imam von tausenden in europa ein beispiel wo man eine aussage von ihm oder einen versprecher von ihm aus dem kontext zitiert und redet dann von imamen als wenn die imame in deutschland in der regel auf der mimba stehen und sagen ja man darf die frauen vergewaltigen die kein kopf das pure hetze ist das keine pure hetze das pure hetze das sind falsche informationen die mit der absicht verbreitet werden um hass und ängste zu schüren solche bücher werden verkauft geht mal in die bücherei bei euch guckt mal auf die bestseller ein bestseller heißt gerade feindliche übernahme von von herrn sarrazin feindliche übernahme die feinde sind unter uns und sie geben sich als freunde stell dir mal vor du würdest über die juden in deutschland man hätte heute ein beispiel dass man damals feindliche übernahme man sagt das ist hetze gegen die juden gewesen die juden waren unter uns und die wollten das ist eigentlich genau so was die nazis erzählt haben die juden sind wie kraken das wort wurde sogar hier benutzt wie eine krake unter uns und wollen sich verbreiten und uns unterdrücken uns das geld abziehen genau das wird hier erzählt mit dem buch aber es ist alles meinungsfreiheit weiter ausweisung aller scharia richter aus europa schwachsinn gibt es nicht verbot der islamischen apartheid verbot der integrationsfeindlichen islamischen geschlechtertrennung es kann nicht weiter hingenommen werden dass moslems unsere apartheid wird ja mit dem ungerechtes regime in südafrika in verbindung gesetzt ja dass dass moslems die piafogen in öffentlichen und vom steuerzahler finanzierten räumen für ihre ideologie werben und bei solchen veranstaltungen männer vertrauen gesetzt getrennt sitzen müssen erst mal wenn wir vom steuerzahler finanzierte räume darunter versteht der leser versteht darunter ja hier guck mal die regierung die finanziert das auch noch erst mal wenn wir eine halle gemietet haben waren das meist hochzeitssäle nicht vom steuerzahler finanzierte räume der pure schwachsinn und zweitens jeder hat die freie entscheidung zu der veranstaltung zu gehen es gibt auch frauen fitnessstudios die frau entscheidet selber ob redet man davon apartheid wenn eine frau lieber in ein fitnessstudio geht wo nur frauen sind redet man von apartheid wenn wir in einem fitnessstudio eine räumlichkeit haben wo nur frauen sind ist ein schutz für frauen warum wird das hier als schutz für frauen gesehen warum wird das da als apartheid als apartheid betracht als apartheid dargestellt pure lüge okay ich hab's schon mal gesagt du bist gegen geschlechtertrennung okay keine horchellei dann schafft die herren und damen toiletten ab warum gibt's herren und damen toiletten warum gibt's auch in krankenhäusern extra stationen für frauen und extra zimmer für frauen und extra zimmer für männer ist das apartheid warum warum ist in dem krankenhaus sind nur frauen zusammen auf einem zimmer und warum nicht anders warum soll sich nicht so anstellen wie befindlichkeiten wie schamhaftigkeit oder was auch immer ja ist ja gar nichts anderes das haar genau dasselbe grün jugendherbergen alles mögliche gibt es in deutschland das ist der pure blödsinn hier ach ja jetzt bin ich bestimmt wieder schuld daran ja ist klar bei einigen bei einigen muslimen ja du bist schuld ne schuld sind die die das maul halten die sind die sind schuld aus weisung jener die verfassungsfeindliche oder terroristische gruppen unterstützen oder unterstützt haben dazu gehören beispielsweise türkische mitbürger die in europa öffentlich für die verbotenen rechtsextremistischen grauen wölfe werben und kurdische mitbürger die in europa die verbotene terrorgruppe pkk unterstützen oder dem inhaftierten terrorführer abdulla öcalan öffentlich gehuldigt haben das zum thema pfog und schuld aber was hat pkk mit islam zu tun graue wölfe kenne ich mich nicht so mit aus soweit ich weiß haben die auch nichts mit islam zu tun aber da kenne ich mich nicht so mit aus aber da siehst du hier wie alles miteinander vermischt wird drogen zwangspositus ist alles islam pkk graue wölfe alles islam freiwillige verpflichtung älterer muslime in öffentlichen verkehrsmitteln die in öffentlichen verkehrsmitteln mitfahren um muslimische jugendliche von inländerfeindlichen gewaltorgien abzuhalten boah wir haben täglich mit inländerfeindlichen gewaltorgien in bussen und bahnen zu tun das ist eine völlige panikmache wer so etwas liest traut sich gar nicht mal auf die straße aber in dieser scheinwelt leben die bekloppte wo muslimische grabfelder jetzt jetzt das vielleicht kann mir einer das von euch erklären vielleicht kann mir das einer von euch erklären wo muslimische grabfelder entstehen darf nicht wie immer wieder von moslembrücken gefordert und auch praktiziert die von christen verunreitigete graberde abgetragen werden ich weiß ich weiß wovon er redet hier also hier weiß ich noch nicht wovon er redet aber er hat wahrscheinlich so irgendwie einen an der mütze gehabt sofortiger abbruch hier nochmal ne Pierre Vogel das schon sofortiger abbruch aller gespräche der EU mit Ankara die das ziel verfolgen die Türkei in die europäische Union aufzunehmen Ende aller gespräche mit jenen moslemführern die die ausbreitung das jetzt hier das müsst ihr jetzt hören bitte das müsst ihr euch auf der zunge zergehen lassen damit ihr seht was die islamophogen für einen dachschaden haben Ende das ist der ultimative beweis jetzt hier für Balaba Ende aller gespräche mit jenen moslemführern die die ausbreitung des radikalen islams in europa finanzieren oder unterstützen dazu zählen neben der islamischen republik iran jetzt hört gut zu syrien und libyen vor allem die station der golf region syrien bashal assad bashal assad will also in europa einen radikalen islam finanzieren bashal assad ist gar kein muslim der will den radikalen islam fördern so einen schwachsinn schreibt hier jahr 2008 ich meine selbst der größte islam hasser müsste jetzt sagen selbst der größte pi leser bei bashal assad sind sie mittlerweile am feiern müsste wissen dass das völliger blödsinn ist aber das ganze buch ist voll mit diesem schwachsinn wer den nikolaus aus kindergärten verband und weihnachten zu einem multikulturellen jahres endfest verkommen lässt der fördert den werteverfall unseres kulturkreises statt an den schulen islamische werte zu unterrichten an den schulen werden islamische werte unterrichtet hallo alles okay und die künftige generation über die angeblichen schönheiten des islamischen kulturkreises zu informieren müssen kinder zuerst einmal die werte unserer kultur vermittelt werden nur menschen die sich der werte unserer westlichen kulturkreise bewusst sind können diesen gegen den tsunami der islamisierung verteidigen auch muslims würde es nicht schaden europäische werte zu übernehmen beispielsweise bescheidenheit achso wir müssen bescheidenheit aber von den europäern die die welt kolonialisiert haben müssen wir bescheidenheit lernen also vom herrn ulfkotte müssen der seine ideologie seine welt über jede andere kultur stellt müssen wir bescheidenheit lernen der typ hat doch nicht alle tasten im schrank gehabt oder hier der freiburger erzbischof robert zollitz der katholischen bischofskonferenz rief alle muslime im juli 2008 zu mehr bescheiden auf so sollten in deutschland nach seinen vorschlägen kleinere moscheen gebaut werden sonst seien sie zu aufdränglich das für alle die eine große moschee bauen bei per vogel ist er schuld es statt an den schulen islamische werte zu unterrichten also bei meinem sohn in der schule wurde nur einmal berichtet wurde ich gezeigt als radikaler muslim bei meinem sohn in der schule ich weiß nicht wovon der traumtänzer hier redet sie meinen immer noch wir sollten unseren muslimischen mündbehörern noch besser immer weiter entgegen kommen dann lehnen sie bitte noch einmal die ersten zwei kapitel dieses buch vielleicht haben lauter fakten die fakten haben wir gesehen lauter fakten bereits wieder vergessen erinnern sie sich dort hat der autor beschrieben wie man im letzten monat nicht muss dem angeblich moderaten islamischen staaten entgegentreten man fühlt sich dort von menschen wie ihn überfremdet das ist erstmal totaler blödsinn er schreibt am anfang des buches über die golf staaten wie zum beispiel katta und emirate wo teilweise mehr ausländer leben viel mehr ausländer als inländer über eine überfremdung und er bezieht das auf überfremdung der nicht muslime die meisten arbeiter die dort hin oder ein großteil der arbeiter sind selber muslime da geht es überhaupt nicht um muslimisch nicht muslimischen konflikt da geht es darum dass die eigene sprache gar nicht mehr gesprochen werden kann das kann man mit europa gar nicht vergleichen aber das zeigt was das für ein weltfremder faktenvertreter ist in der arabischen welt hat es zu muhammed zeiten beinahe überall kirche und klöster gegeben die gibt es heute auch noch gehen auf google muslimen haben sie fast allesamt zerstört quatsch sogar laut koran verboten die zerstören und es ist ganz bekannt dass die nicht zerstört hat und auch dazu aufgerufen hat und die rechte gegeben hat und sogar aufgeschmert dass keine kirchen zerstört werden dürfen in einigen wenigen konnten sie kleine reste dieser gemeinde haben kleine reste in ägypten gibt es viel mehr kirchen und viel größere kirchen als in deutschland moscheen in ägypten werden die christlichen kommen auch gegenwärtig woche für woche zum ziel der moslem übergriffe schwachsinn wir sind geschützt vom staat natürlich kommt es ab und zu mal zu übergriffen und die leute die das machen werden bestraft und die leute die das machen begehen unrecht auch im irak kämpfen moslems mit barrial gewandelt dafür das land christen frei zu machen wer denn wer unsere geschätzten mitbürger aus dem islamischen kultreis die hier in europa leben ich finde das alles offenkundig völlig normal du kommst mit pseudofakten die gar keinen Sinn die totaler schwachsinn sind haben ich schon an meinem fernseher eine demonstration unserer mitbürger hier in europa gegen die grausame unterdrückung von nichtmuslimen in den heimatländern gesehen nee haben wir nicht gesehen weil es keine grausame unterdrückung gibt und wir stehen ja nicht mal für die unterdrückung von uns auf geschweige denn für die das einzige wofür es leute gibt die aufstehen ist gaza da stehen leute auf das ist wie karneval geworden jedes jahr holen wir noch einmal den schal raus das heißt wir maskieren uns mit einem schal fangen an zu schreien dann gehen wir nach wieder nach Hause und haben es abgeregt das ist wie karneval geworden dafür steht man auf muslimische rechte wer ist denn aufgestanden wer steht auf dass der islam diskriminiert dass der islam wer ist aufgestanden für mara shabini die abgeschlachtet wurde wer ist aufgestanden weil das kopftur verboten werden sollte wer hat eine demo gemacht also muslime stehen auch nicht mal für ihre eigenen rechte auf sondern für angebliche unterdrückung von nicht muslimen in arabischen ländern in deutschland aufstehen die sollen lieber dafür aufstehen wie viele gelehrte in islamischen ländern in den gefängnissen sitzen und gefoltert werden die muslime sind nicht mal aufgestanden als sisi tausende muslime abgeschlachtet hat die muslime sind nicht mal aufgestanden weil muhammad morsi zum tode verurteilt wurde weil er als präsident gestürzt wurde das sind sogar sachen die 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 herr scholler tour erwähnt hat dass seine schuld war dass er als präsident gestürzt worden und das ist sein verbrechen das ist ein unrecht was vor unseren augen geschieht hier weiter haben sie schon einmal von einem Moslem für eine europagötige in die unterdrückung der menschenrechte in einem islamischen land protestiert die meisten die dort unterdrückt werden sind muslime selber haben sie hier in europa schon einmal groß der muslims erlebt die sich gegen die aus ihren reihen verübten inländer gewalt wenden und vergebung bitten erstmal wir haben das gemacht wie bekämpft man die jugend kriminalität natürlich das was hier dargestellt wird von inländer gewalt bla 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 das ist völliger übertriebener schwachsinn aber trotzdem haben wir es zugegeben und schon mehr vorträgen erwähnt wir haben sogar einen vortrag gemacht wie bekämpft man die jugend kriminalität in hannover haben wir gemacht aber wir brauchen uns nicht dafür zu entschuldigen ich brauche mich nicht dafür zu entschuldigen was irgendein vollidiot der den islam nicht praktiziert begeht die leute die leute die uns daran hindern diese menschen zum wahren weg zu rufen die müssen sich bei uns entschuldigen die müssen sich bei der gesellschaft entschuldigen weil sie nichts dagegen unternommen haben und die möglichkeit die sie haben dagegen etwas zu unternehmen nicht genutzt haben was machen denn die moslem führer wenn wieder einmal europäer vor alle augen öffentlich abgeschottet doch oder schikaniert werden ducken und verbeugen sie sich nicht länger denn ihre kinder oder die kinder ihre freunde wenn ihr eines tages wahrscheinlich viele fragen stellen der autor hat vor dem verfassen dieses manuskripts ehrlich gesagt nie wirklich an intelligentes leben außerhalb der erde geglaubt inzwischen hofft er jedoch flehentlich dass er dieses geben möge weil er hier auf der erde dank der kulturellen verarmung immer wenig davon entdecken kann der arme und wenn er nicht gestorben dann lebt er noch heute aber er ist gestorben alhamdulillah er ist von uns gegangen und man kann sich natürlich vorstellen wo er ist wenn er in diesem Zustand gestorben ist und nicht vor seinem Tod Taube gemacht hat den Islam beleidigt über den Islam gelogen über den Propheten gelogen wenn in diesem Zustand stirbt man sieht wie viele Sachen er kennt und verdreht geht für alle Ewigkeit in die Hölle Möge Allah uns an Recht leiten und wach machen Assalamualaikum bei an am auf Möge a m a a a a Vielen Dank.